Das ist Neverland WE. Ich freue mich, ihn schon seit seiner Körung auf der Ersiegerhengst-Rode begleiten zu dürfen. Ein Pony, was jeden Tag in der Ausbildung Spaß macht. Er ist einer der meistfrequentierten Reitpony-Hengste Europas und trotzdem ist es jeden Tag eine Freude, ihn zu arbeiten. Er ist immer bei der Sache total kopfklar und auch schon von meiner Tochter zu reiten, das ist das, was ihn auszeichnet. Er ist immer leistungsbereit. Neverland soll erscheinen. Der deutsche Reitpony-Hengst, der Weser-Ems-Pony-Hochzucht aus dem Jahr 2016. Eine Erfolgsgeschichte, eine echte Bilderbuch-Karriere und gibt diesen Hengst. 2018 bereits wurde er zum Siegerhengst der Weser-Ems-Körung gekürt. Ein Jahr später dann mehrfach Sieger in Reitpony-Prüfungen. Und dann unvergessen seine großartigen Auftritte auch beim Oldenburger Landesschampionat mit der Traumnote 9,2 dort als Champion herausgestellt. Auch in Warendorf umgab ihn die Luft der Sieger. Beim Bundeschampionat dort mit der Bronze-Medaille dekoriert. Im vergangenen Jahr dann erneut als Oldenburger Landesschampion herausgestellt. Dieser bewegungsstarke Herr, der uns auch am heutigen Abend hier dargeboten wird, von Danika Duhl. Er hat sich auch züchterisch bereits einen großartigen Namen gemacht im Bundesgebiet. Er stellte mit 9,0 das Siegersturz-Fohlen beim Schwäbischen Fohlen-Championat. Und etliche hochbezahlte Fohlen, hier bis hin zu 8.000, 9.000 Euro hochgehandelt. Auch beim vielbeachteten Pony-Forum der erfolgreich verlaufenden Online-Auktion des vergangenen Jahres. Eindrucksvolle Galopp-Verstärkung, tolle Bergauf-Tendenz bei diesem so züchterisch hochinteressanten Herrn, der nun fünfjährig sich anschickt, schon die gehobeneren Dressurklassen zu erobern. Die Saison des FS Nr. Uno. Dann noch einmal bewegungsstarkes Blut auch auf der mütterlichen Seite über Champus-Kar und den großartigen, berühmten, muss man ja schon sagen, Dressman. Eine Legende seiner Zeit in der deutschen Reitpony-Zucht, viermal Bundeschampion unvergessen, zweimal Einzel- und ganze siebenmal Mannschafts-Europameister. Und wenn Sie sich die effektvollen Momente dieses Herrn anschauen, dann können Sie erahnen, dass auch ihm eine großartige Dressurkarriere auch auf internationalem Parkett bevorstehen wird. Entspannt, so schön silberglänzend heute Abend hier zu unserer aller Freude, aufdekoriert. Jahr für Jahr freue ich mich auch persönlich, das Haus Thun hier willkommen zu heißen. Aber auch diese Familie freut sich natürlich aufs nächste Jahr, wo wir uns hoffentlich alle dann wieder im schönen Fechter, wo die Ponyhengste des Hauses Thun ja Jahr für Jahr eigentlich eine richtige Stimmungsgarantie waren, wieder treffen werden. Das sind das Möglichkeiten, sensationell. Vielen, vielen Dank.